hallo liebe freunde liebe geocacher sensu und akora machen sich jetzt auf die socken wir wollen nach hannover stefan aus hannover der mit seinen verrückten ideen wie heißt der eigentlich noch irgendwas mit 96 der ist ja auf die idee gekommen in niedersachsen 365 tage jeden tag irgendwo in niedersachsen gibt es ein event und das haben ja schon viele leute sich überlegt dass sie da mitmachen wollen und heute ist in hannover oder in der nähe von hannover der stefan dran und macht auch ein event und da wollen wir ihn mal besuchen 365 tage 365 ohne die ein event machen im jahr 2018 und ich denke mal das ist eine reise wert nach hannover und sensu hat mir geflüstert da gibt es noch ein paar drucken die ich auch noch sicher also ich freue mich drauf und ich freue mich drauf um menschen wieder zu treffen die in hannover oder um hannover rum wohnen und die kommen auch zum event und das hat man ja auch nicht so jeden tag und das koste ich mal aus also das war das schild brem hannover auf geht's bis dennis ja und jetzt ist mir auch wieder eingefallen wie der ohne heißt der dieses event veranstaltet lafette 96 eine abgabe von hannover 96 und jetzt ist mir auch wieder auf geht's und jetzt ist mir auch wieder auf geht's Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020